Ich bin Parsi. Ich nutze die FS-Pause und gehe offline. Oder besser gehe ich auf Netflix. Ich glaube, ich bin ein bisschen aus der Eier gegangen. Ach, Stefan. Ach, sehr Quatsch. Stefan, ich will ihm Gäste nicht auf den Sack. Ah, du bist A-Trocks. Ich glaube, ich der G-Typ bin. Anders und Isabel. Nein, du bist Pavium. Ach, der Coole. Der G-Typ hat die Maske, glaube ich. Ich kann es mir nicht merken. Ja, ich bin eine Geile. Ich bin eine Geile, ich bin eine Geile. Ich bin eine Geile, ich bin eine Geile, ich bin eine Geile. Bitte peits verstehen. Ich bin auch froh. Ich bin auch froh, ich habe einen geilen Helden. Also gut. Mund halten und zuhören. Ach, Stefan. Wir setzen das Gebäude. Wir setzen das Gebäude. Wir setzen das Gebäude. Wir setzen das Gebäude. So ein Fick, ey. So ein Fick, ey. Was denn? Weiß ich nicht. Darf ich das nicht sagen? Stefan? Nö. Wofür bietest du mir den Mund? Das ist doch auch vor, dass bezogen so ein Ficker. Stefan. Ach, doch mal. Stefan. 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 Ich meine, ich genieße gerade meinen Bonbon. Wenn ich gleich mit Raff alleine bin, könnte ich sagen, ich glaube, ich bin Stefan heute aufseitig. Ich bin froh errichtet. Ne. Uw. Das muss ich gar nicht so auf heute betonen, ne? Also, um einander. Immer. Naja. Warum lügst du in der Öffentlichkeit? Wieso nimmst du auf? Erstmal nicht, ich dachte, du wärst mal auf dem Stream. Weil, also... Läufe noch normalerweise bei Twitch. Ne, ich hab jetzt wirklich nochmal gestartet. Okay. Selber brauchst Gang-Content, dann muss ich natürlich angekommen. Alles ist easy. Alles ist easy. Macht eure Arbeit und holt ihr es auf! Ich bin der Lukas. Es ist alles easy, sag ich. Ich lieg's gerade errichtet. Ich lieg's gerade errichtet. Wir sind in lokale Einheit. Ach ja. Ja. Das schmeckt dem Blau nicht, dass du seine Ressourcen da klaust. Scheiße. Ich geh einfach wieder mit an die Sohn. Aber tötet mich schon trotzdem. Weil er ein waschächter Noback ist. Gute raps sein, das. Gute raps sein, das. Lukas. Das hast du gegen Raph. Was hast du eigentlich gegen Raph? Nix. Das bringt mich schon mal konsequent auf den zweiten Platz. Also... Wie kommt der da mit dem Jack-Rabbit ab? Ja. Merde! Wir werden von Ihrem Schrauber angegriffen! Keine Einheit ist, du nicht. Punkt erhalten. Jetzt kommt er mit einem Jackrabbit. Das ist aber frech. Das, was ich dazu sage. Zu einblicken. Hm. Hat er doch meine, meine, mein Grand? Oh, mit dir kommt was. Der Fisch. Kommt, schmommt, sagt der Wiewhammer. Äh. Ist doch, Entschuldigung. Äh. Entschuldigung. Gut, eh, nicht Lace. Tut's mir auch nicht. Steiner hat ein Jackrabbit rush vor. Ich sehe es schon kommen. Ja, der war frech. Das ist mir schwörscht. Ha, zerstört, du Sackle. Ich hab den Upgrade abgeschlossen. Ich hab den Fickel. Ich hab den Ritz in Kurve. Es ist gut sein, dass er sich zu dir bewegt. Hm. Ich hab ja auch den Energieknoten hier eingenommen gerade. Ah, okay. Das fand er nicht so lustig, ne? Kann doch nicht so. Aber Aatrox macht das. Bereite mich auf den Kampf. Ich bin Korinthenkacker. Was ist Aatrox außerwählt? So nicht Aatrox selbst. Hm. Ich bin Lukas, der Korinthenkacker, ja. Ist auch ein geiler Anführer. Gibt es auf der Aschewortzeile? Ich glaube nicht. Korinthenkacker, ich glaube nicht. Ich bin Stefan, ich wollte die Basis genauso auch wieder bliebe. Was, welchen? Ein Hauptbasis. Ja. Ich hab vom Wester gelernt was. Was? Harvester errichtet. Hab mir mal ein gelliges Let's Play angeguckt, hab ich das so gesehen. Lokale Einheiten. Hast du dir dein Let's Play angesehen, aber dann auf meine Base gestartet? Also, wir haben auf meine Base geguckt. Ja, na. Ich guck mir nur ein Let's Play von CF, da ist der. Der guckt sich immer alles, wenn CF wieder ab. Das ist unsere Verbündeten, der hat angegriffen. Ist recht, glaube ich. Ich gehe um die Garnisius. Lokale Einheiten. Wir dürfen uns nicht überraschen. Upgrade abgeschlossen. Jetzt steht der hier. Guck mal, jetzt steht der hier so eine Wolverine hinten. Wissen Sie ich, äh. Von Aatrox, dem Auserwählten. Nee, Aatrox auserwählte nicht Aatrox, der Auserwählte. Was? Aatrox hat diesen Typen auserwählt. Bleib es weiter nach Feinden ausschauen. Außenposten errichtet. Oh, ja. Ja, Entschuldigung. Ich bin der Lukas. Ich bin hier im Kack-Gamodus. Wenn du ein Problem damit hast, ist mir das egal. Ich bin der Lukas. Ich bin der Lukas. Ich bin der Lukas. Dass sie ein Dumm-Granis nicht hinbekommen hier. Aber immer noch besser als Sammeln und Tragen. Sammeln und Tragen. Oh, Upgrade abgeschlossen. Aatrox ist ja eine Fähigkeit mit reduzierten Geschützen, reduzierten Geschützkosten und sowas. Das ist mega nice, ne? Da kostet der Schildgenerator nämlich nur 470. Auch die, ähm, die Geschütz-Upgrades im Kriegsraß sind auch super günstig und auch super schnell. Das ist mega nice. Da ist echt eine gute Base-Up-Bahn. Das ist wirklich mega nice. Jetzt wollen die doch den Energieknoten zurückholen. Das ist nicht so. Ein Schicks erregtet. Warum hab ich hier eigentlich ein Sensortum gebaut anstatt ein Geschütz? Das weiß ich nicht. Oh, Fahrzeugrush. Aber der Schild... Ich hab so eine silbrige Stimme in meinem Ohr. Was ist da los? Ich hab's ne silbrige Stimme in meinem Ohr. Tatsache. Ich hör's auf. Silberfischchen. Der Silberlachs. Das war so früh, ja. Hätt ich gar nicht mitgerechnet. Wahnsinn. Er rückt, ne? Ja. Ach. 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 Ich hab's gedacht, ich hab's kurz das Tanzbein und komm's an. Lukas, ich bräuchte hier mal hinfahren, wenn er zweit geht. Wenn er noch ein Dreh ist. Zwei bis. Ja. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Da, ein Waterloch geholt. Ja. Schießerei erregnet. Richtig nice, oder? Ja, ich bin ein Gegner. Ich brauch da ne Heilung hin. Wo ist denn mein Held? Ja. Lokale Einheit. Die Luft und die Überraschung. Ah. Zahle, Mensch. Schlitzkappen. Ah. Mist ey. Nö. Lokale Einheit. Unser Basis wird angegriffen. Lokale Einheit. Die Basis unserer Verbündeten. Ja komm noch, Fabio. Stell dich hier rin. Komm. Die Garnision, das müsste reichen. Schildturm ist da. Nehm es in den Schrank. Altlicher Infanterie nimmt mich unter Beschuss. Schieß'n gut auf. Oh. Mein Helm ist offen. Mein Helm. Mein Helm ist offen. Mein Helm ist offen. Mein Helm ist offen. Äh. Triox-Sight-Ausgleich. Was soll das? Was soll das? Lokale Einheit. Die Luft und die Fahrzeugen angegriffen. Wir überlegen die Basis unserer Verbündeten. Alter kann ja mal aufhören, mich hier weg zu haben. Dem ist in den Schrank. Dem ist in den Geschütz fertiggestellt. Ja schlimm, oder? Mit dieser, mit dieser Rammerei. Lokale Einheit. Aus dem Weg. Zurück aus. Werde von mannlichen Fahrzeugen angegriffen. Aus dem Weg. Ah, hört doch mal aufs Ramm, ey. Ganz ehrlich. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Unsere Verbündeten greifen wir von die Basis an. Oh, closey, ey. Closey moosey. Oder Raff, was sagst du dazu? War doch close, oder? Ja. Sag doch mal was Raff. Ah. Ach gut, hast du schon die Heilfähigkeit bei den Helden. Die Zuschauer wollen ich auch mal hören. Wollen mal wissen, wie so ein Silberlachs bringt. Ja, dafür müsste ich ja übertragen, ne? Ach stimmt. Der Gegner erobert unseren Energieknoten. Hm. Was ist hier los? Abs. Ab zum Energieknoten. Das gibt's nicht hier. Zu. Ein. Ab. Ach, der hat das bestimmt wieder ausgeschaltet wegen Doppelhörn. Ah ne, ach der kann ja gar nicht so. Ach der kommt ja gar nicht so. Wie war? Bist du das eigentlich auch irgendwann mal? Das kann er nicht? Ne, ich hab grad gedacht, der wird dann streamt. Aber ich hab's wieder mal gemacht. Ich hab mal nicht gedacht, dass du dich aufzeichnest. Also. Also aufdrehen. Aufnimmst. Ne. Streamst so. Wie war? Ach Lukas. Du bist... Du bist immer so komisch, wenn du nix getrunken hast. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. Geschütze errichtet. Nachhals. Uh, ich find's verbessert. Das ist so schön günstig. Das bin ich mega günstig. Oh, ich hab ja eine Anführerfähigkeit bekommen. Lokale Einheiten. Immer meine Grunts hier los. Ich stehe die Franzgeschütte. Äh, Bases wie der Gans. Auf den Weg. Nice. Lokale Einheiten. Anführerfähigkeit bereit. Der Verglasungsstrahl ist breit. Achtung. Der Feind ist hier. Gucken wir mal, was der mit der Minibase hier gemacht hat. Der hat doch bestimmt bebaut. Zwei Slots lässt er sich doch nicht entgehen. Könnte ich mir auch schlecht vorstellen. Ich bin Anders. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Unsere Basis wird angekündigt. Graf, was sagst du eigentlich dazu? Ah. Geschütz verbessert. Sag doch auch mal was dazu. Nein. Lokale Einheiten. Geschütz verbessert. Hat der Stefan die Basis kaputt gemacht. Frech, frech. Lokale Einheiten. Ich bin der Lukas. Ich werde grud. Das sind beide Typen auf diesmal. Unsere Basis wird angekündigt. Anführerfähigkeit bereit. Einempühlen. Boah. Jetzt fangen die wieder mit dem Ram an. Da könnte ich auch wieder aufs Resten. Lokale Einheiten. Ich weiß. Die Unterricht. Ah, ich glaube die war wirklich gut, oder? Bin ich frei da? Bin ich frei da? Bin ich frei da? Unvereinheiten zerstört. Guck. Ich tömmere mich da oben. Ich glaube, der sitzt jetzt hier überlegen. Ah ne. Ich weiß. Unsere Basis wird angegriffen. Ich hab kein Schild mehr. Lokale Einheiten. Du magst es mich anzugreifen? Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Werde von fachlichen Fahrzeugen angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Ich denke, wir sind wieder noch nütz. Das ist. Das fragt man sich immer. So, jetzt zieht es sich gut. So, jetzt zieht es sich gut. Nice. Schützen verbessern. Lokale Einheiten. Hallo, Stefan. Hallo. 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 Was denn? Sag doch mal. Ja, da bist du doch wieder. Darauf hab ich doch die ganze Zeit gewartet. Ich bin hab. Ich hab gegessen. Heute ruhig. Ich muss denen mal ruhig halten. Lokale Einheiten. Was musst du ruhig halten? Mob. Sagst du das von dir aus oder sagst du das bei Sarah das gesagt hat? Nenn ich diesen Mob. Den Mob ist weh. Der haut einen nach dem anderen aus, ne. Das ist das nicht. Das ist das nicht. Er vertraut jetzt wieder zwei Anderen. Denen haben sich das schön auf. Und ich bin gerade am Rollen. Das braucht überhaupt nichts. Er erwacht nix. Ich wolle... Er rollt nix. Passt nicht, ne? Das war die beste Szene an dem Wochenende, wenn die Giraffe guckt, ne? Das war scheiß gut, ne? Ja, das war schön. Die Köderin hat auch einfach eiskalt gelacht. Der Gegner erobert unseren Energieknoten. Anführerfähigkeit bereit. Ich bin mir eigentlich immer nur mit seinem Schestrack. Jackrabbit, das sei er. Stefan, klär mir das mal. Anführerfähigkeit bereit. Was? Warum denn wir hier immer noch mit seinen Jackrabbits, ob es das Ei geht? Keine Ahnung. Er hat doch irgend ein... Fahrzeuglevel 3 erforscht. Luftfahrzeuglevel 3 erforscht. Befestigungslevel 2 erforscht. Das Problem ist bestimmt CMW. Energieextraktor errichtet. Habe ich so nen Munkeln gehört? Warum bist du so frech? Ich sag du nur, wie es ist. Ach, Stefan. Ja, der hat die Scharfschützen. Aber ich hab auch Elite Ranger. Oho. 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 Danke. Ich bin ja ein guter Teamkollege. Upgrade abgeschlossen. Lokale Einheiten. Der Gegner erobert unseren Energieflust. Gegnerischer Held am Boden. Da war er der Gegnerischer Held. Toot. 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 Lokale Einheiten. Ich muss aber auch echt meine... Wir unter Scharfschützenbeschuss. Wir unter Scharfschützenbeschuss. Wir unter Scharfschützenbeschuss. Und Anführerpunkt erhalten. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis. Lokale Einheiten. Wir unter Scharfschützenbeschuss. Alter, der hat viele Scharfschützen. Sie werden unseren Sound spüren. Auf dem Weg. Upgrade abgeschlossen. Und der Wulcher. Aus dem Weg. Beiseite. Räume den Punkt. Gut. Wir sind gerade die Ziele ausgegangen. Was ist das? Lohk ist bereit. Wo ist das Ziel? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Lokale Einheiten. Wir sind bereit zum Kampf. Ja. Ich hab dem einen Energieknoten weggenommen. Ich bin total fähig. Oh weia. Na gut. Mit uns hat er heute genommen. Alle Einheiten im Kampf. Die Basis. Die Basis ist ja noch bärmisch aufgebaut hier. Also, das ist wichtig. Das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt. Der Gegner erobert unseren Energiestoffen. Lokale Einheiten. Ich bin hier. Wo soll ich hin? Auf dem Weg. Räume den Punkt. Uh, das ist Armeen. Oh, das sind ja beide Armeen. Armeen der Fähigkeit wollen wir müssen. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Der Konzulein Lokale Einheiten, alle Einheiten, Brücke aus, Geschützt verbessert, Räume den Punkt, Geschützt verbessert. Was soll ich eigentlich noch geben? Äh, X meine ich. Hallo, Juno. Man kann nicht landen. Außenposten errichtet. Gegnerischer Held am Boden. Geschützt verbessert. Verteidigungsanlagen bereit machen. Erfreit wird vor. Rats Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. So ein Witsch. Angriffslager errichtet. Fabium lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Äh, Stefan? Fabium lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, es kann sein. Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Professor Einlass hat sich aber leicht unterkriegen lassen, Leute. Da gönne ich mir als Blumen doch erstmal ein Granini-Fruchtbonbon. Ah, die Granini ist in Gelb. Das ist voll der Energieschub. Und das ist bei Allianz sehr wichtig. War das alles so unfassbar teuer, was Energie betrifft. Stefan, ich hab nen Witz gemacht. Was, du hast nen Witz gemacht? Hab ich gar nicht mitbekommen. Achso, da hab ich. Bin ja ein lustiges Kerlchen. Ja, das wüsste ich. Mega-Geschütz aufgerüstet. Was? Anführerfähigkeit bereit. Was ist denn? Schildturm errichtet. Ich halte die Stellung. Rücke vor. Anführerfähigkeit bereit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Was aber einiges los da hinten bei dir. Hmmmm. Ich habe hier oben auch noch zwei Frispa zerstört während ich hier geöffnet habe. Ich bin froh, dass ich keine Verschläge in den Zettap bekommen habe. Ihr Gegner erobert unseren Energieknoten. Gut, dass ich noch genau fünf Einheiten habe. Gut, dass du überlebt hast. Die Base ist sich kaputt, bitte. Aber meine... ja. So ein Kicker. Tobt sie jetzt an meiner Minibase aus. Meine Blisterwechsel hat auch kaputt gemacht. Das war dem wahrscheinlich Bedürfnis, sich da noch was zu tun. Hm... Ich sage dazu... Und ich sage dazu, das ist mir doch egal, wer der Meinung ist. Was? Dann baue ich mir halt eine richtige Base auf. Und dann kommt gleich mein Scarab vom Himmel gefallen. Und dann reiße ich ihn vor, wo auch... Stefan... Spann ich das denn? Geholt. Auf dem Weg! Ich bin der Stefan, wenn ich Glucos-Sauce in die Hecke würde es sogar noch ein zweites Geräte bauen. Ich denke ich. Cool. Nein, jetzt ist er in der Stefan. Ich fühle zwei Skil. Das müssen wir dann anhören. Ja, ja. Außenposten errichtet! Der Gegner erobert unseren Energieknoten. Der Erfatz verbessert. Von... Wie warst du mir? Eine mega geschützte Verlustmauer. Der Einer hat es beide Verlustmauer verloren. Lokale Einheiten. Sie wollen meine die Lokale Einheiten. Sie sind hier! Mega geschützt aufgerüstet. Alle Einheiten. Da hat er jetzt echt in der Position gepumpt, aber... Das ist gesichert von den Geschwissen. Unsere Basis wird angegriffen. Bis dahin. Arvester errichtet. Die deutsche Kampfmechaniker ist verwischt. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis ein. Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Da müsste der Gegner gleich... Der Einer gleich wechseln oder ist der schon besiegt. Äh... Mh... Ich glaube der eine ist... Ein gegnerischer Spieler wurde eliminiert. Jetzt ja. Ich bin der Stefan. Ich glaube ich bohue mir meinen zweiten Scarif. Ich bin Stefan. Ich kann nur mit zwei Scarif spielen. Abgeschlossen. Ja, wenn ich noch mehr Einheitenpunkte hätte, würde ich sogar mit vier Scarif spielen. Oder mit fünf. Lokale Einheiten. Stefan, ich kann nur mit Scarif spielen. Ich bin der Plastik. Ich bin der Ende. Ich bin der einig. was? Oh, ich bin der Ende. Ich bin der Ende. Das ist der Ende. Was? Was? Jetzt kommt er hier. Errichtet. Energieextraktor errichtet. Lokale Einheiten. Über Armee gewinnt man keine Schlacht. Ich bin nicht der Pfarr. Ich kann viel mit Scarlett spielen. Arvester errichtet. Energieextraktor errichtet. Tja, Grunddruck ich ja schlecht jetzt, allianz. Erhalten. Oder Punkt, oder wie die heißen die Türken. Ich bin ein Aatrox. Ich bin so schön. Ich bin echt schön. Ich bin aber auch. Ich will der Pass nicht gar nicht gut machen. Ich kann gut früh ins Bett gehen. Ich bin Stefan, nicht nur Aatrox. Ich nehme mir jetzt ein Granit. Huch. 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 Das ist aber doll verpackt. Das krieg ich gar nicht Sinn raus. Das ist aber ein Fick werfen. Oh, Lukas! Der war so. Wir haben ein Gebäude verloren. Lukas! Fuck, doch was. Was bleibt hier überhaupt nicht an? Ich hab mir gar nichts getan. 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 Wieso ist mein Schilter? Also mein Schilter. Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Und die Schilter. Mein Beifel. Demut bewegt. Ich bin die KI-Spiegler von Stefan und meine Aufwärsystems. Ich will aber auch mal die Bühne zerstören. Wir konnten ihr Gebäude zerstören. Unsere Basis wird angegültet. Lass mal haben. Ein Feind hat alle seine Basis verloren. Loser. Mega-Geschütz fertiggestellt. Mega-Geschütz aufgerüstet. Mega-Geschütz aufgerüstet. Lokale Einheiten. Ah, die Scalps sehen schon cool aus. Wir loben uns nicht. Geschütz errichtet. Weg. Ja. Me-Geschütz aufgerüstet. Engage-Geschütz aufgerüstet. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Upgrade abgeschlossen. Ich hab noch einen Jackrabbit, jetzt hab ich keinen Jackrabbit mehr. Ich hab noch einen Marine-Trupp, jetzt hab ich verlor, aber ich bin die K.I. Ihr habt euch heute als würdig erwiesen, Schwarmbrüder. Seid stolz auf euch! Ich bin der Lukas, ich hab den besten Anführer, Fähigkeiten benutzt. Was? Also von Isabel hat man ja auch wirklich nicht viel gemerkt, wenn man jetzt die Energie da sieht, die die produziert hat. Ich hab auch keinmal Maschinengeist bekommen, hab bekommen. Nee, Holoclub hat das immer gemacht. Ja, das stimmt, aber ansonsten war die ja nicht verlappisch. Die Kiff. Ok, das ist das kiff. Oh, das ist das Kiff. Oh mein Gott. Oh. Oh, das ist das kiff. Oh, das ist das kiff.